Musik Wir kommen im nächsten Part und anscheinend hat uns das ganze Kinderinführen vorher noch einen langfingrigen Rang nach oben gefeuert. Wunderbar. Kreditgeschäft macht Gewinn, ich weiß gar nicht wie das läuft. Direkt neu im dritten Part, meine Nase juckt wie ein kleiner Spasti und wir legen einfach mal los. So, wie im letzten Part versprochen, gönnen wir uns jetzt mal ein kleines bisschen Auftrage holen. Ein kleiner Auftrag, was hast du für mich? Ich will deine scheiß Arbeit nicht. Das kommt übrigens besonders kacke, wenn man das macht und dabei zu zweit spielt. Das hat nämlich mein Kollege immer gemacht und im Endeffekt hat er dann zehn Monate gearbeitet. In der Zeit hatte ich schon Maschinengewehre und sonst was und er kam dann raus mit seinem pisseligen 25.000 oder so und ich hatte schon 40.000 oder so. Oder so, habe ich gar nicht oft genug gesagt jetzt. So. Komm, gib mir irgendwas Gutes, irgendwas nicht so Teures. Bla 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 bla. Okay. 11.790. Lukratives Angebot, stimme ich dir zu. Du wirst es nicht bereuen, weil der Person handelt es sich nämlich um den Besitzer des Kaufhauses Nummer 3. Okay, verwechsel ihn übrigens nicht. Ganz wichtig, wenn du in ein anderes Kaufhaus gehst und einfach den Beweise vorlegst oder irgendwo anders hingehst, was nicht Kaufhaus Nummer 3 ist, das was ihr links unten aufleuchten seht, dann ist das Material weg und die Polizei kommt. Deswegen. Okay, auf geht's zum Kaufhaus. Und was halt eben dann da passieren kann, sind die allermöglichsten Sachen, wie ihr gerade lustig seid. Nächster Monat, ich weiß nicht, ob das jetzt meine Chancen schmälert dafür, ich glaube aber nicht. Der Besitzer, du bist das Kaufhaus, ne? Ja, Kaufhaus. Schöne Pixelgrafiken übrigens. Du stehst vor einem sehr großen Kaufhaus, in dem es fast alles zu erstellen gibt. Was möchtest du unternehmen? Den Kaufhausbesitzer erpressen. Du gehst ins Büro des Kaufhausbesitzes und hältst die Kopien des Materials unter der Nase. Der Kaufhausbesitzer sieht das Material an und ist auf einmal ganz niedergeschlagen. Er fragt dich, wie viel Geld du dafür bekommen willst. Du denkst dir, dass 22.220 DM wohl ausreichen müsste. Totally random. Der Kaufhausbesitzer holt das geforderte Geld aus einer Schublade, warum auch ein Safe im Kaufhaus haben, und du verschwindest. Und das ist perfekt. Man kann auch zum Beispiel Stuff kriegen vom Autohausbesitzer. Und dann kann der Autohausbesitzer sagen, okay, du kannst dir einen Wagen dafür aussuchen und den mitnehmen oder so. Und so hat jeder Ort, sag ich mal, so seine ganz eigene kleine Belohnung. Der Kaufhausbesitzer könnte jetzt auch sagen können zum Beispiel, ja komm, ich lass dich nachts einsteigen, da kannst du einmal rausgehen. Von daher finde ich es so ganz cool. Ihr spaßt nicht. Ich hätte euch auch in den Arsch getreten. So, weil das so viel Spaß gemacht hat und Monatsende uns immer mehr Geld einbringt, wird es mal Zeit, dass wir uns noch einen holen. Denn, warum auch nicht? Du hast keinen Job, komm, ich weiß, du hast einen Job. Komm, du hast einen Job für mich. Ich will die Kofferkacke nicht. Zumindest jetzt nicht. Irgendwann mache ich sie bestimmt. Zack, komm. Ich glaube im Übrigen, dass es mit dem, äh, mit diesem Punktescore von 50 sich so erfällt, wenn man eine kriminelle Tat schafft zu begeben, wie ein Kind entführen oder ein Kind weiterverkaufen, dass man dadurch einen Punkt kriegt. Ich meine, ich habe keinerlei Möglichkeiten, das nachzuschauen, aber ich vermute es jetzt einfach mal. Irgendwie so muss das laufen. 7000. Joa, nehme ich. Der Besitzer von Villa Nummer 5. Die hängen ja alle am Arsch. Okay, es ist die Villa unten rechts. Dann bremsen wir da doch nochmal lang. Oh, ich wollte auch schon sagen, ey. Ist hier ein Dunkin' Donuts in der Nähe oder warum ist hier so oft eine Polizeikontrolle? Dieser DOS-Zaun hat sich übrigens schon so in mein Gehirn eingebrannt. Ihr glaubt es nicht. Äh, Villa Nummer 5. Das, was du Besitzer erpressen. Komm, komm. Der Fabrikbesitzer sieht die Papiere nur kurz an und wirft sie dann in den Papierkorb. Die Schmiergeld-Affäre, mit der du ihn erpressen wolltest, war in Wirklichkeit eine legale Spendenzahlung. Und wie gesagt, es kann auch einfach mal scheiße laufen. Äh, wie teuer ist Bestech in 2.8 machen wir. Einfach mal, weil ich jetzt gerade keinerlei Lust auf irgendwelche Komplikationen habe. So, und ich mach's jetzt noch ein allerletztes Mal, denn... Ihr wisst ja, aller guten Dinge sind 3. Übrigens, die Übersicht hier seht ihr auch unseren wunderschönen Wagen. Nochmal 37 Schritte, ist gar nicht schlecht. Wie viel wir gerade im Besitz haben und so. Ähm, das ist einfach so dieser kleine... Ach, da sind ja meine Punkte. Ich hab, glaub ich, 12, ne? Ja, genau. Soviel zu. Ich hab keine Möglichkeit, da irgendwie reinzugucken. Ähm, dann gibt's hier Bandenkrieg, wo wir jetzt gerade schon mal hier sind und ich mir Sachen erklären kann. Gibt's den Bandenkrieg, wo man das halt eben mit den anderen, äh, Leuten anzetteln kann. Das ist einfach ein Überspringen. Die Option hab ich euch ja vorhin schon mal gezeigt. Jo, weiter geht's. Und was ich einfach, ähm, so cool an diesem kleinen Spiel finde, ist halt eben, wie gesagt, das war damals halt gratis. Und ich hab's ziemlich hart gefeiert. Auch die Multiplayer-Variante find ich ziemlich cool. Willa 2 ist die rechts oben, okay. Ähm, und dass es halt eben so viele Möglichkeiten gibt. Wenn du ein Kind entführst, ist es halt nicht nur, löse Geld fordern oder dann auch nicht nur, es klappt oder es klappt nicht. Sondern du kannst es auch zum Weiterverkauf behalten. Das Kind kann dir den Koffer klauen und so. Und beim ganzen Labern hab ich gar nicht gemerkt. War das die hier? War das die hier? Oder war das die? Komm schon, komm schon. Komm schon. Der Fabrikbesitzer freut sich, dass du ihn mit seiner neuen Freundin fotografiert hast. Du hattest gar nicht mitgekriegt, dass er schon immer Junggeselle war. Warte, er hat eine Freundin und ist Junggeselle. Hä? Okay. Ja, ich weiß. Ah, diese Drecksdecke. Übrigens, ähm, je höher man im Rang aufsteigt und je mehr Bandenmitglieder man hat, desto stärker werden auch die Polizeikräfte. Jetzt gerade geht das noch, weil ich noch am Anfang bin und die nicht damit rechnen, dass ich Handgranaten habe. Guck mal, explodierender Kuchen für dich. Guck mal, boom. Der hat sich drüber gefreut, glaube ich. Okay, Bams. Ciao, ciao. Noch mal Glück gehabt. So, ihr seht, in einer von drei Fällen hat das jetzt geklappt. Von daher, darauf kann man sich ein Thema verlassen. Es ist lustig für zwischendurch, weil da immer schöne neue Sachen rauskommen können, wie zum Beispiel, dass ein Typ eine Affäre hat und die nicht auffliegen soll und er deswegen Geld gibt. Deswegen ist es ganz interessant, auch wenn es in 60, 70 Prozent der Fällen, na sagen wir 50 Prozent der Fällen nicht klappt. Also tun wir das, was wir am besten tun können. Kinder einführen. Ja. Ach komm, der Vater. Weißt du, Spielplatz. Handgranate. Eigentlich müsste es bald keine Stadt mehr geben, weil ich mit Handgranaten so um mich schmeiße, als wären es Süßigkeiten. Hund. Wer hat dir was gespritzt? Boah, ich glaube, mein Hund hat Exus hier genommen, ey. So, Lösegeld fordern. Ich bin jetzt einfach mal dreist und mache das direkt am Spielplatz hier. Ihr hört den Hund nicht, aber der bellt die ganze Zeit durch die ganze Bude. Heftig. So, ich bin jetzt einfach mal direkt eiskalt. Zack, 15.000. Und Kinderspielplatz. Und es hat geklappt. What? Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, Gauna. Wir sind aufgestiegen und hauen jetzt den ganzen Leuten auf die Fresse. Warum bin ich nicht DJ geworden? So. Ich überlege, mussten wir Gauna oder Ganove sein, damit wir Mitglieder in die Gang anheuern können? Ich glaube, wir mussten Ganove sein. Von daher würde ich gerne noch ein kleines bisschen Taschengeld machen, bevor wir jetzt hier loslegen. Und ich möchte mir ein Luxuskind klauen. Denn dafür kann man übrigens mehr verlangen. Komm. Komm. Wieso haben die alle einen Sicherheitsdienst, ihr blöden Arschwicker. Das ist ein Drecksicherheitsdienst. Ich werde nicht gehen in den Kämpfen, vergesst es. Ich mache einen Fluchtversuch mit Handgranaten. Ich habe mich jetzt sowieso. Hätte ich jetzt den Sicherheitsdienst ge... Ihr seid so Arschgelgen, ey. Hätte ich jetzt den Sicherheitsdienst gekillt gekriegt. Und ihr seht, es ist jetzt schon ein Polizist mehr geworden. Und die haben später auch dann bessere Bewaffnung. Auch wenn ich es gut finde, dass die Polizisten später nicht mit Handgranaten durch die Gegend laufen. Wir beschützen das Volk. Mit Handgranaten. Erinnert mich an dieses... An die Gatling Gun. Der... Das US-Militär ist, wo drunter stand. Wir feuern 2000 Kugeln Freiheit. Jede Minute. Oder irgendwie so saulustig. Komm, du musst schon näher kommen. Komm, du musst schon näher kommen. Komm, du musst schon näher kommen. Du Idiot. Tja, das war eine Mine. Sticky Bomb. Oh, das könnte ich den ganzen Tag machen, ey. Ist mir übrigens auch schon passiert, dass ich vergessen habe, auf Enter zu drücken und einfach mit rechts dann einfach auf ihn zugelaufen bin, weil ich so ein unglaublicher Idiot bin. So, wieder Nummer 1. Gebt mir doch endlich mal Kinder. Oh, eine Entführung reicht pro Monat. Nach den vielen Entführungen fährt die Polizei nämlich öfter Streife in der Gegend. Okay. Machen wir uns direkt mal einen neuen Pass, wenn wir schon mal hier sind. Ich hab gesagt, da machen wir uns einen neuen Pass, wenn wir hier sind. Jo, Blüten genau. 5000. Jo. Danke. 2000 mehr. Ich will jetzt den Pass haben. Danke. Im Prinzip hat sie mir jetzt gerade den Pass gerades gegeben, was ich schön finde. Ich mag's. Können wir jetzt den Ladenbesitzer ausrauben? Nein. Ich mach das bei meinem alten Freund da oben. Der Typ kriegt's jetzt in den Arsch. Der kriegt's jetzt so richtig in den Hintern. Aber erstmal nehmen wir uns noch ein Kind mit. Warum nicht? Ich schaff das nicht. Das sind fünf Leute mit Maschinengewehr. Selbst mit der Handgranate. Den besten Ding der ganzen Spielerwelt. Dann muss ich ja wieder ausweichen hier. Wieso hab ich eigentlich meinen Ausweichskill verloren? Boah. Sag dich und dann kam. Deo 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 deo. Ich darf mich nicht einkesseln lassen. Ihr Dreckspolizisten. Ich glaub, was schaff ich diesmal? Hä? Ich? Ich? Nein, ich war's nicht. Hallo hier unten. Guck mal. Spastis. Okay. Das hat nicht so gut geklappt. Denn überall sind da Sicherheitsleute anscheinend. Es sind ja auch wertvollere Kinder. Muss man einfach mal sehen. Der Wert eines Kindes bestimmt sich daran, wie viele Sicherheitsleute um einen rumlaufen. Das ist einfach so. Müssen wir nicht drüber reden. Her mit der Kasse. Sonst gibt es Tote. Du Wichser. Ich krieg nen Anfall. Der Lahm ist jetzt erst mit Trappertoni befreundet. Leider ist dieser gerade zu Besuch bei ihm. Ernsthaft. Trappertoni's Motherfucking Gang. Ich hab die Schnauze jetzt voll von euch. Stirb mir das neue Energie. Komm. Stirb. Das ist Gangster Nummer 1. Das da unten ist übrigens Trappertoni. Der mich nicht trifft. Scheiße. Er hat mich verfehlt. Damit kann ich leben. Komm. Stirb. Verfehlt. Kacke. Die dürfen jetzt beide schießen. Verfehlt. Komm. Verfehlt. Verfehlt. Gut, dass ihr so Spasten seid. Energie minus 14. Viel hat er nicht mehr. Wieder sein und 20. Wir haben nur noch 14. Oh, der ist tot. Okay, alles klar. Ich zieh mal kurz zurück. Boah, da hab ich das gesehen. Meister minus 1. Er wollte mich verarschen. Er trifft einfach nicht. Guck, er hängt genau vor mir. Matrix Neo Style. Tony, du bist auch ein kleiner Idiot, oder? Oh, ich bin Trappertoni. Ich schieß auf dich, aber es bringt nichts. Aber ich geh einfach nicht näher. Wie viele Handgranaten der schon in seinem Arschloch hat. Was ist denn los mit dir, Tony? Na endlich, wo ist nochmal Zeit? So, du Wichser. Ich hab deine ganze Scheiß Gang erledigt. Du hast das Gefecht gewonnen, um dem Besitzer einen Denkzettel zu verpassen. Verwüstest du die Verkaufsräume und leerst die Kasse. Du erbeutest 4199 DMs. Würde ich jetzt übrigens direkt wieder in den Laden gehen, hätte ich das Problem, dass die Polizei da rumgammelt. Von daher tun wir das einfach mal nicht. Sondern hoffen, dass wir bald endlich Ganova werden. Denn ich möchte so langsam meine Gang aufbauen. Und ich gucke mal, ob ich mir einen geileren Wagen organisieren kann. Ich will nämlich den McLaren F1. Oh, bitte. Ich hoffe nicht, dass der Mafia-Boss das ist. Komm schon. Bitte, bitte, bitte. Bitte. Ich wusste es. Ich bin dann mal weg. Tschüss. Das ist halt eben das Problem. Ich wusste, dass Trapper Tony kommt. Weil dem gehören die besten Wagen hier in der Stadt. Der erlaubt mir zwar, dass ich viel mehr Züge pro Monat haben kann. Aber naja. Dafür muss mein Trapper Tony auch erstmal... Ihr Wichser. Wieso double penetrated ihr mich immer? Den ist genug Sex mit euren Donuts? So. Nein, was ich jetzt machen möchte, ist so viel Geld wie möglich zusammensammeln. Damit ich gleich, wenn es daran geht, dass wir uns ein paar Mitglieder für die Bande zusammensammeln... Komm mich zu verfolgen. Du bist wie ein Stalker. Oh, ich wollte auch schon sagen, wenn du mich jetzt umgebracht hättest, du. Ich weiß übrigens gar nicht... Egal, das sag ich euch gleich. Ich fang jetzt nicht drei Themen auf einmal an. Was ich sagen wollte, ist, ich wollte ein bisschen Geld zusammensammeln. Einfach für den Fall, dass... Wenn wir endlich Ganove sind, wir dann die wunderschöne Möglichkeit haben, uns Gangster zu holen. Und das funktioniert dann einfach darüber, dass man die dann ankommen lässt. Die sagen dir was und dann kannst du die kaufen und dann verbrauchen wir halt Geld. Diese... Weißt du, ich will ein Kind entführen. Dann kommen die ganzen Kinder, die springen aus den Büschen. Und mal ein Maschinengewehr! Kriegen einen Anfall. Ich gucke mal, ob wir die tot kriegen. So, du bist tot. Ich glaube, die haben nämlich alle nicht so bombig viel Energie. Ich auch bald nicht mehr. Versuchen wir es. Nummer zwei... Oh, verfehlt. Das einzige andere, was ich sagen wollte, ist... Ich weiß nicht, ob mein Kraftwert irgendwas mit dem Kampf zu tun hat. Aber ich wollte ihn vielleicht nachher mal aufleveln. Mal gucken. Ja, so Fluchtversuch. Schaden kannst du ja nicht. Das ist eine der asozialsten Maps. Weil ich muss jetzt versuchen, von ihm auszuweichen. Und er ist ein richtiger Penner. Und das geht auch eigentlich dann nur so. Aber ich finde das hier wunderschön. Oh, das ist so schwierig. Aber egal. Sehen wir halt noch ein paar Polizisten, die sterben. Ich meine, na, was soll's. Ähm. Noch ein paar Infos zu den verschiedenen Versionen. Die ursprüngliche Version, die ganz, ganz zuerst gemacht wurde. Ich hatte es ja in der Einleitung schon mal kurz angesprochen. Ist die 1.0-Version. Ähm. Die Version ist nicht mit Tastatur spielbar, sondern nur mit Maus. Ihr habt hier die Möglichkeit, das Spiel auf Englisch und auf Deutsch zu spielen. Und entweder mit Maus oder Tastatur. Und ich persönlich finde, dass ich das Spiel mit Tastatur wesentlich einfacher spiele, wenn ich ehrlich bin. Wieso haben die einen Steckbrief von mir? Ich hab... Den Scheiß passt doch. Ihr Wichser. Aber ich möchte euch eigentlich nicht bestechen. Aber egal. Wie viel wollt ihr denn? Täh. Wollt ihr mich verarschen? Ähm. Die Version, die ich, wie gesagt, gespielt hatte, war die 1.5er-Version. Das ist auch die Version, die ihr jetzt gerade seht. Ähm. Diese beiden Versionen laufen auf MS-DOS. Ich hatte ja schon eingangs erklärt, was es damit auf sich hat. Und... Das Ganze ist nicht so einfach wie... Was? Hätte ich besser mal das Schutzgeld bezahlt. Okay. Alles klar. Ähm. Die Versionen laufen auf MS-DOS. Und um das Ganze mal unkompliziert zu sagen. Ihr könnt das Spiel nicht einfach als Exe installieren. Dafür hat er die 2.0er-Beta gemacht. Ähm. Die über DirectX funktioniert. Das ist die aktuellste Version. Ist wie gesagt noch eine Beta. Es hat seine kleinen Schwächen noch. Aber die könnt ihr einfach via Exe-Datei benutzen. Bzw. installieren. Das ist für die ganzen neuen Rechner. MS-DOS ist halt eben für die ganzen noch vor XP. Der Grund, warum ich es aber anquatsche. Und nebenbei mal den Ladenbesitzer... Spasti. ...überfalle ist, es gibt auch eine Möglichkeit, ähm... Das Ganze... Also die Version, die ihr gerade seht, muss sehr spielbar sein. Ich spiele sie ja gerade auf meinem Windows 7 Rechner. Und die Art, wie ich das gemacht habe, ist DOS-Box. Ich habe mehrere Gründe, warum ich das jetzt gemacht habe. Ähm. Der erste Grund ist, dass mir die 1.5er-Version am meisten gefällt. Einfach, weil es meine Kindheits-Version ist, sage ich mal. Und ich quasi damit aufgewachsen bin. Und der andere Grund ist der Grund, dass ich die 2.0er-Version auf den Teufel komm raus nicht aufnehmen konnte. Es war die Hölle. Ich habe es mit Fraps versucht, habe aber keine gute Fraps-Zahl gekriegt. Und weiß ich nicht, es hat einfach rumgespackt am Ende. Dann habe ich es versucht, mit meinem Camtasia-Rekorder aufzunehmen, der auch normalerweise Bildschirme aufnimmt. Fraps nehme ich immer für normale Spiele, PC-Spiele und so. Und Camtasia-Rekorder nehme ich meistens für Online-Spiele, Browserspiele. Und wenn Fraps halt nicht funktioniert. Hat auch nicht funktioniert, das heißt, die 2.0er-Version war für mich in dem Moment halt... Ich wollte das Kind verkaufen gehen, fällt mir gerade mal ein. War für mich dann halt leider nicht aufnehmbar. Das heißt, ich musste sowieso runtergehen. Und da ich damals die 1.5er-Version gemacht habe und ich jetzt gerne die 1.5er-Version mache... 7.5, der will mich verarschen. Ähm, habe ich mich dann entschieden, das so zu machen. Die Version ist auch jetzt super easy aufnehmbar mit meinem Camtasia-Rekorder. Fraps ist... Kannst du für sowas vergessen. Ähm, und DOSBox emuliert quasi ein DOS-System. Das heißt, ihr programmiert da so ein ganz kleines bisschen dran rum. Sagt dem Spiel, dass er die und die Datei laden soll. Er installiert es dann und dann könnt ihr das Ganze spielen. Und jetzt funktioniert es mit der Aufnahme ohne Probleme. Falls ihr also die Version spielen wollt, die ich gerade zocke, und keinerlei Plan habt, dann stellt mir einfach die Frage in die Kommentare. Falls es dann mehrere sind, oder falls ihr wirklich gar nicht mehr klarkommt, ähm, mache ich vielleicht nochmal ein ganz schnelles Video, in dem ich erkläre, wie man die 1.5er-Version spielt. Denn das ist eigentlich gar nicht so schwer. Und für diejenigen, die sagen, oh, ich brauche das jetzt nicht, die 2.0er-Version gefällt mir ganz gut, dann nehmt einfach die... die sind beide wirklich gut. Und die 2.0er-Version hat auch schönere Grafiken. Ähm, da ist zum Beispiel noch im Kampfsystem ein Grasfeld und sowas alles. Ich meine, ich würde es euch gerne zeigen, aber ich kann es nicht aufnehmen, ne? Ähm, also optisch gesehen macht die 2.0er-Version richtig was her. Aber es ist halt noch eine Beta. Das heißt, es gibt ein paar Probleme. Die Version, die ihr gerade seht, ist komplett und wunderschön zu spielen. Was ist denn los mit euch? Ich hab 52.000. Glaubt mir, sobald ich Ganover bin, mache ich mir die riesigste A-Media je gesehen habt. Gebt mir ein Kind. Los! Was ist los hier? Weiterverkauf. Oh, I'm making all the money. Money, 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 money. Oh, bin ich, bin ich Ganover? Oh, yes. So, und damit haben wir 2 Fünftel unserer Punkte, die wir brauchen. Also 20 von 50. Haha. Und das Einzige, was wir jetzt auch schnell machen, ist das Kind weiterverkaufen. Und im nächsten Part gucken wir uns doch einfach mal, wer von den Leuten in unsere Gang will. Weil ich weiß, dass wir es jetzt können. Komm, gib mir ein besseres Angebot. Biatch. Nein. Du gibst mir jetzt sofort, wenn ich nochmal reingehe, ein besseres Angebot. Wetten? Ich habe mal eine große Klappe, wisst ihr? Dude. Gib mir einfach Geld. Ja, von mir aus. So. Das war es mit Part 3. Wir sehen uns das nächste Mal in Part 4, wo wir mit unseren ganzen 62.866 D-Mark versuchen, uns eine Truppe von 10 Idioten zusammenzustellen und dann mal ein bisschen besser hier aufzuräumen. Denn dann können wir die ganzen coolen Sachen machen. Denn wir sind dann stark genug. Alles klar. Bis Part 4, Leute. Hau da rein.